Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar und ich bin Malicious. Wir spielen weiter Fallout 76 Wir sind auf dem Weg nach, wie heißt die Stadt nochmal? Flatwood Flatwood, genau. Ne, doch Warum hab ich eigentlich das Flatwood-Monster hinten bei dem Dingensbummins gesehen? War das das Flatwood-Monster? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, ne, das war glaube ich ein anderes Monster. Das Grifton. Genau. Grafton. Grifton, Grafton. Die wir gleich zweimal sogar hatten. Oh guck mal, hier mag einer nicht, die Mr. Farmhands. Aber die sind auch böse. Stimmt ja. Ich bin eh tot. Wir haben doch hier, finde den Aufseherin, äh, hat man nicht diesen Dingensabwurf? Hast du nicht so'n Code gefunden? Ich gucke mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Ach du Scheiße. Ja, ja, das hab ich. Was denn? Da hat jemand sich ein Basis aus Geschützturmen gebaut. Direkt vor Flatwood. Toll. Ja, aber... Ne, die dürfen uns nicht angreifen. Die sind ja nicht gesucht und so. So sehen sowieso irgendwann alle Basen noch aus. Ja, ja. Kriegt man eigentlich XP, wenn die Geschützturme was kaputt machen? Das ist ne gute Frage, keine Ahnung. Hier, der ist... Super hat Probleme. Aber ne, er hat's im Griff. Ah, hier ist was. Kistelein. Splittermine. Ich hab Durst. Warte. Ich hab Zahnpasta gefunden. Im Briefkasten. Das ist ein Huhn. Komm her, du Hühnchen. Hast du's getötet? Jetzt hat's getötet. Noch ein Huhn. Hast du's getötet? Du wolltest grad sagen, du Mörder war. Dann töte ich selber eins, wenn ich's erwischen würde. Hühnchenschenkel. Oh Mann, ey. Echt? Krass. Oh, lecker. Hühnchenschenkel, das wär doch jetzt das Feindes. Der hatte sogar zwei. Na gut, er hat ja auch zwei Schenkel. Guck mal, hier sind zwei eher Drops. Lol, nicht schlecht. Müssen wir jetzt eigentlich auch Zeug kriegen? Ja, ich glaub, wir kriegen alle, ne? Müsst ihr gleich sehen. Da ist immer so ein Müll drin. Da kannst du einfach ne Kiste irgendwo looten. Oh Mann. Wo viel Geld? Gehstöcke, zwei Stück. Ja, ich hab auch Gehstöcke gefunden. Sag, mach mal das Hotel mal hier leer. Da gab's doch auch holotapes irgendwo, ne? Ja, ja, aber nur eins von einem, der beim Bodybuilden stirbt. Echt? Echt? Oh, das hab ich gar nicht mehr angekündigt. Ja, irgendwie so. Hast du das gehört? Ja. Bei mir. Ne, ich hab auf die Glocken gedrückt. Achso, nein, ich war angekündigt hier unten. Ein Opossum? Äh. Hast du das noch nie gesehen? Ne, es hat ja drei Köpfe. Ja. Äh. 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 Ah. Hm. Das hören wir uns aber jetzt nicht an. Das hab ich ja schon. Ich hör's mir nebenbei an. Ich geh jetzt mal hier unten gucken. Na gut, doch nicht. Der ist doch gar nicht beim Workout gestorben. Ne? Ne, der hat irgendwas anderes erzählt. Ah. Und was? Ich weiß nicht, ich hab damit einfach zugehört. Ich hör mir das an. Nicht. Ich hab darauf gewartet, dass er erzählt, dass er jetzt stirbt. Das ist jetzt sehr peinlich, Neiko. Ewisch. Hätte ich es jetzt noch nicht gesagt. Guck mal, das Skelett hier auf dem Dingensmoment. Ja, ja. Mach das nicht. Ach guck mal, ist gar nicht tief der Polen. Ich wollte schon sagen, hier, Bethesda fängt, 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 tut doch nicht irgendwas ins Wasser, was physikalisch irgendwie funktionieren würde. Du läufst doch einfach durch die Pampe hier durch, anstatt dass du die mitschleifst oder so. Ich hasse es, wenn ich offene Nuka-Cola-Dingens sehe und ich habe sie nicht geöffnet. Das ist schon... So müsste aber tatsächlich die Welt von Fallout 76 aussehen. Ja? Es ist nicht so, als wenn der Protagonist, den wir hier spielen, immer der Erste wäre im Ötland nach 200 Jahren bei Fallout 4. Hat keiner... Kam keiner auf die Idee, diese Nuka-Cola-Dinger zu öffnen. So, okay. Äh... Ja, komm, wir gehen mal den Wegpunkten her. Jetzt müssen wir die ganzen Blödsinn-Quests machen. Ach ja, die Responder-Sachen. Hab ich jetzt die ganze Zeit vergessen, aber... Oh! Oh, offene Türen. Oh, wir finden jetzt hier bestimmt nichts. Hier war ich noch nicht drin. Gästebuch. Was ist das denn in der Kirche? Ach guck mal, hier ist eine Leiche drin. Ja, das ist... Lieber Papa. Aufgebahrt. Remember them. Ah, ne, danke. Ach da, ja, tatsächlich. Ich hab auch... Wie hieß irgendwas? Puppe. Ich hab ihm... Ich hab dem armen Skelett noch seine Puppe geklaut. Das gibt's doch nicht. Das haben schon seine Kinder reingetan. Das bringt aber, äh, Gummi. Selten. Trotzdem. Ne, ich glaub das ist eine Frau, die da drin liegt. Und ein Kind. Aber ich geh doch, Papa, ich vergebe dir. Ja, wahrscheinlich für irgendwas anderes noch. Ja, stimmt, das ist... Der hat ein Kleid an, das kann nicht der Papa sein. Also kann schon, aber... Das ist ne gute Waffenmerkbank. So. So, dann lassen wir uns mal Zeit, dann hüten wir mal diesen Ort leer. Jo. Machen diese bescheuerten Quests. Da sind wieder zwei Kisten. Was, schon wieder? Ja, das gibt's doch gar nicht. Lass mal schnell da hingehen. Sind die denn? Waren das nicht die, wo wir waren? Oh mein Gott, wir finden bestimmt drei Kisten. Bestimmt super krassen Loot. Was ist denn hier los? Vier Kisten, Entschuldigung. Hey, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein. Ja, ich meine, ich glaub jeder findet so ein Ding am Anfang. Stimmt, die haben alle angefordert. Die Chance ist ziemlich hoch. Ja. Dacheldraht-G-Stock. Da schießt glaub ich jemand auf uns. Wieder ein G-Stock. Meine Güte. So viele Leute brauchen G-Stöcke. Hä? Das ist ein Robi, der auf uns schießt. Ja, ja. Trifft aber auch ziemlich gut. Ist es einer oder? Ne, ich glaub eine Kiste ist im Haus oder wo auch immer. Hm. Der wird erst zwei gebuchtet. Ah, dieser Robi. Wo liegt die jetzt? Ach, hier ist die andere. Die konnte ich gut nicht sehen. Guck mal, wir müssen auch die Brahmins töten. Stimmt, ja. Für die Steaks. Boah, ein Stahlschrott für den Roboter. Ah. Das ist Gott's Hinweise. Nicht vergessen, stellen eine Falle für die Du weißt schon wen auf. Und zeichnen natürliche Pullewinnern auf. Okay. Wo ist denn die Kuh? Ne, geil. Wir müssen in die Kirche, glaub ich. Ja. Ach ja, ich erinnere mich. So lange ist es gar nicht her. Meine Güte. Aufseher, Lokbuch. Holoband. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe. Die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das... Naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme. Wütend. Gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln, Nahrungsmitteln, sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab, und das sollten sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden. Und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, zehe ich weiter. Suchen sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Endlich. Ich gehe mal kurz hoch, und dann... Was denn? Hier war eine 10 Meter große Red Kakerlake. Oh mein Gott, 10 Meter? Ja. Wir haben gekämpft, wie Gandalf gegen Balrog. Und Logbuch. Ganz, 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 Sie bittet jeden darum. Also habe ich zugestimmt. Ich heiße Colonel, und ich bin 13 Jahre alt. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid für alles. Die Bomben, und die verrückten Leute, und für die Kühe mit den zwei Köpfen. Alles. Ich war böse. Einfach böse. Ich habe beim Diktat geschummelt. Ich habe Chip Wilkins gegen das Schienbein getreten, bis er geheult hat. Ich habe Rosie McCloy die Treppe hinunter geschubst. Ich habe Löcher in alle Turnhosen geschnitten. Und in den Kartoffelbrei in der Café Peria habe ich Klebstoff getan. Ich habe Harold Newell gesagt, dass ihm Muskeln wachsen, wenn er täglich 10 tode Fliegen isst. Und, äh, ich habe Nuka Krohler in die Trinkbehälter im Tierladen geschüttet. Und, ähm, ich will nur sagen, dass es mir alles leid tut. Denn mein Vater hat gesagt, wenn ich mich schlecht benehme, dann passieren schlimme Dinge. Bla, bla, bla. Nächstes Logbuch. Ausrüstung, kontaminieren, und die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dassa Ben Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Am schwierigsten war all die Arbeit. Apalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharten. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre Namen sind längst vergessen. Ich dachte mir, wir sollten diese Geschichten irgendwie bewahren. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Vortec-Universität. Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Hilfe! Lasst mich hier raus! Bitte! Bitte! Ich pflege euch an! Lasst mich nicht zurück! Bitte! 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 Ich... Ich gebe euch alles, was ihr wollt! Geld! Ja? Ihr wollt's Kron kaufen! Meine Spatis! Ich sag euch, was ist... geht zum Friedhof hinter der Kirche! Das Grab ganz... rechts! Stellt euch drauf! Geht direkt durch das Blus! Auf der Hälfte des Hügels könnt ihr auf... eine kleine Richtung! Mein Herr Spatis liegt in einem alten Baumstumpf auf der rechten Seite! Ich schwöre es! Nein! Nein! Bitte! Lasst mich nicht allein! Bitte! Äh... Ich pflege euch an! Hier hat gerade einer einen Schatz... Hier, guck mal her! Hm? Hier hat einer überlebt! Ich glaube, der Ort wurde von Raidern angegriffen, bevor die alle draufgegangen sind. Ja. Bin mir nicht so sicher. Hier ist jetzt noch eine... Wer da? Teil 1? Nee. Ja, ich hab... Und zwar ist hier in einem Kühlschrank, der hat ein Holo-Band, der erzählt, wo sein Erspartes ist. Ach, cool! Hört das nochmal an, vielleicht, äh... Und während er erzählt, wo er ist, musst du vielleicht direkt schon laufen und dann gucken. Vielleicht findest du es jetzt irgendwo in so einem hohlen Baum-Dingens. So. Hast du es gefunden, Gab? Nee, ich hab noch nicht geguckt. Hm... Irgendwas mit durchquere den Fluss. Nein, ich hab noch nicht geguckt. Wenn sie Vorräte brauchen, ist es... Also, Dutzer hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi. Ich bin Kesha McDermott. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfest für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben... Oh, mein, jetzt reicht's aber. Es sind zu viele Holo-Tapes gleichzeitig hier. Ja, man findet später nicht mehr so viele Holo-Tapes, weißt du? Aber hier ist jeder Müll. So, äh, wie teste ich das Wasser nochmal? Äh, sammeln? Sammeln mehr nicht? Such grad die Wasserpumpe. Teste was aus der Wasserpumpe? Ach so. Ja, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Oder ich hab's übersehen. Äh, da hinten. Spraddel. Hm, da haben wir das Bramiefleisch. Sehr gut. Noch 49. Oh. Die spawnen alle schnell wieder. Trotzdem. Trotzdem. Das war ne... Da hinten ist so ein... Ach so, das waren schlecht die Roboter. Die haben ja auch noch Laser-Dingens. Ach, da ist die Wasserpumpe, ja. Iiii, jetzt hab ich das letzte Mal gesehen, wie so ein Kack-Ding rauskommt. Äh. Kack-Ratte. Kack-Ding. So. Ich hab jetzt Level-Up gehabt, jetzt kann ich ein Dingens aufmachen, ein Paket. Abgeschlossen. Uh, ich hab Messi bekommen. Cool. Oh, sehr gut. Okay. Was ist da im Labor? La 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 la. La 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 la. Wo ist das denn da? So, für Messi brauchen wir eine Stufe 7. Oh. hat mir für meine Überlebenden-Geschichte ein paar Vorräte gegeben, also... Hallo. Ich heiße Scott Shepard und mir geht es ganz gut. Vor dem Krieg war ich Krankenpfleger und daran hat sich nicht gehegeändert. Äh, warte. Okay. Das Labor, was ist denn der? Der ist der Buhf und der? Guten Tag. Hm, wie bitte? Wir müssen das im Labor... Ach so, das Labor war doch da hinten irgendwo in der Kirche mit drin, ne? Ja, es kann sein. Ah ja. Ich erinnere mich düster. Ach, da oben, da wo du schon dran warst. Holoband auswilfen, freiwilligentraining, Wasser. Sammle Holz. Wir haben Holz. Jetzt wahrscheinlich nutze das Holz als Brennstoff, um das schmutzige Wasser abzukochen. Jetzt sind wir reinlaufen, wo wir gerade herkommen. Ich fände es viel cooler gefunden, tatsächlich, wenn man das hätte irgendwie im Bunker machen müssen, als Vorgeschichte, weißt du, als so Prolog oder so. Aber dann hätte man das immer wieder machen müssen. So, äh, da. Melde dich beim Selbstbedienungskiosk. Und wieder zurück. Und dann glaube ich wieder hin. Wir müssen ja noch das Fleisch kochen. Ich muss jetzt erstmal hier rein. Was ist denn hier mit? Küchen. Ich habe schon wieder, ich habe fünf Progucken mal von dir. Was, von mir? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe vorhin schon mal Kronkorken erhalten. Ich weiß auch nicht, warum. Eins nach dem anderen. Ach, muss ich jetzt nochmal da dran? Erforderung Abschluss in der Reichestufe 4. Du kannst auf deiner Karte Events schnell reisen. Bla, bla. Nachschlag. Ich kann zu Events schnell reisen. Suche Delbert Winters im Personalverzüß. Ja, ich gucke gerade. Delbert Winters. Delbert Winters, wo bist du? Hier ist kein Delbert Winters. Doch, der ist da drin. Da ist er doch. Da ist auch Delbert Winters. Ja, da ist er doch, Mann. Habe ich doch gesagt, dass der da ist. Ja, tut mir leid, habe ich nicht gehört. Ja. Kriegstandsbelohnung. Wuhu. Oh mein Gott. Ein verdünntes Stim-Pack habe ich auch bekommen. Nachschlag. Level up. So, immer noch keinen Packen. Du hast ein ungeöffnetes Ding jetzt bei uns. So. Nein. Nein. Ja. Grüner Daumen. Toll. Aber hier, Einbrecher. Stufe 5 aber erst. Okay. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Gladiator. Dings moments. Inspirieren. Hast du schon Dinger für die Gruppe genommen? Nee, ne? Nee, noch nicht. Doch, ich habe, doch. Ich habe das nicht mehr XP gekriegt, aber ich weiß nicht, ob das geteilt wird. Du kriegst wahrscheinlich mehr XP. Ja, aber eigentlich ist es doch das Charisma dann, vielleicht ist das später, dass es gecharred wird. Ich habe ja auch erst Charisma auf zwei. Ich meine, was erwartest du? Dass ich schon alles kann? Ich muss ja mal sehen. Habe ich letztes Mal nicht gemacht? Jetzt, äh, suche nach Delbert Winters in seinem Zuhause. Oh, Delbert Winters, wo bist denn du? Aha. Ach, der Typ. Hier war noch irgendwas. Da waren noch so viele Terminal-Einträge. Weiß ich das. Weiß ich gar nicht. Reverend Delbert Winters, bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn. Bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt, jedenfalls. Als das alles passierte, dachte ich wie viele andere. Äh, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, das wir übersehen würden. Vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich hab auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten... Ich mein... Ich find jetzt halt... Weißt du... Sobald man den Ort hier verlässt, kein Holoband mehr. Also nur noch wirklich wenige. Aber... Hier wird man halt überschüttet mit Nonsens-Holobändern. Hallo. Heute bin ich auf Klo gegangen. Es ist toll. Damals wurde ich geboren 1857. Ich hatte eine tolle Kindheit. Etc. Ich will coole Sachen hören. Spannende Sachen. Wie der Typ eben im Kühlschrank. Das war ganz nett. Wir müssen doch den seinen Schatz finden. Hast du da zugehört? Nee, ne? Der hat gesagt... Irgendwie am Fluss und dann rüber auf den Hügel und dann ist irgendwie ein halbes Grab. So nochmal anruhen vielleicht. Da kam dann dieser andere Scheiß mit dem Wasser dazwischen. Irgendwas mit Grab. Ja, aber ich weiß nicht. Irgendwas mit dem Hügel und bla. Hügel und bla. Dann nochmal anmachen. Ja, ich mach hier noch gerade... Wenn ich wüsste, welches dieser Holotapes das jetzt war. Responder Appell, war's das? Nee, da war irgendwie eingeschlossen. Training abschließen. Doch, Responder Appell. Ach, vielleicht hast du einen Raider da eingesperrt war. Nimm dir die Dantenbank und Responder Kontakt auf. Äh. Meine letzte Abreise. So, das haben wir jetzt auch. Nachschlag. Er ist abgeschlossen. So, dann... Was hat er genau gesagt? Irgendwie über den Fluss? Friedhof in der da Kirche. Okay. Hier ist der Friedhof. Über den Fluss. Über den Fluss. Auf der Hälfte... Auf der Hälfte des Hügels. Okay. Und dann muss da irgendein Baumstamm sein. Leider kann man ja nicht vorspulen. Die Hälfte des Hügels. Was sind die Hälfte des Hügels? Ein Baumstamm oder... Meint er eher... Ein Loch im Baum. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal eher ein Baum stumpf. Jetzt muss ich es nochmal anhören. Aber es dauert immer so lange. Ja, ja. Ich weiß. Ich hab... Mach es nochmal an. Ja. Wir müssen gleich mal... Stash holen. Ja, ja. Warte, jetzt sagt er, wo es ist. Zum Friedhof hinter der Kirche. Das Grab ganz rechts. Hier ist es... Schreibt euch drauf. Ah. Nee, Baumstamm. Mehr war das nicht. Das Grab ganz rechts draufstellen zum Fluss. Ab der Hälfte des Hügels trefft er auf eine kleine Lichtung. Mein Erspartes liegt in einem alten Baumstamm. Stumpf auf der rechten Seite. Einen alten Baumstumpf auf der rechten Seite. Wo waren hier... Wo ist denn der Friedhof? Ist das der Friedhof? Ja. Auf das Grab ganz rechts. Eigentlich hier. Oder was meinte der? Aufs Grab ganz rechts? Künstiger Armeehelm. Das ist der alte... Wir sind aber noch mehr alte Baumstümpfe. Dann zum Fluss und dann irgendwie auch eine kleine Lichtung. Ab der Hälfte des Hügels trefft ihr auf eine kleine Lichtung. Das ist wahrscheinlich hier. Hier, ja. Ja, und dann... Irgendwo rechts wäre der Baumstumpf. Holz sammeln. Hm. Hier ist der Baumstumpf. Also hier ist ein Baumstumpf. Hier, hier ist ein Baumstumpf. Hier ist es, hier ist es. Und? Alter Silberlöffel. Ah, nicht vergessen. Nicht vergessen. Die Responder sind anständige Leute. Sie geben verdammt nochmal ihr Bestes. Aber es sieht nicht gut aus. Und es wird schlimmer. Wie auch immer, das ist eine Erinnerung an mich selbst. Eine Erinnerung an diese Waffe. Sie ist meine Versicherung. Falls es richtig schlimm wird. Falls die Nahrung oder das Wasser ausgehen, dann entscheide ich selbst. Wie ich diese gottverdammte Welt verlasse. Ich werde nicht leiden. Nur um hungrig und alleine zu sterben. Das bringe ich nicht fertig. So, ich baue mal das Camp hier. Der Typ hat gerade noch gelabert. Ja, ja. Na toll. Hm? Geht nicht? Na, so gut kann man hier nicht bauen. Aber so, das müsste erst mal reichen. Alter. Wir brauchen ja jetzt nicht so viel. Ich habe tatsächlich... Herstellung kann ich fast gar nicht bauen. Außer die Kochstelle. Aber ich gucke jetzt mal nach dem Stash. Ich muss mal gerade gucken, was mir für ein Herstellungsdingens fehlt. Äh, Herstellung. Fehlt mir... Ups. Was machen wir zuerst? Waffen oder Rüstung? Rüstung. Hast du... Ich brauche eine Federung und eine Schraube. Federung. Äh, ich muss gucken, ob ich es hier drin habe. Federung. Oder Feder oder Federung. Äh, lose Schrauben. Zahnrad. Oder eine Schraube. Reicht auch. Lose Federung. Ja. Habe ich eine. Mach mal, Schraube. Eine Schraube. Lose Schrauben. Ja, keine Ahnung. Hier steht Schraube. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ja. Wahrscheinlich. Drop einfach mal. Das müsste ja reichen. Moment, drop ja. Moment, Moment. Oh Mann, ey. Gott. Ich will Schrotflinten haben. Äh. Ja. So, ich habe alles gedroppt. So. Äh. 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 Tada. So. Tee, Schrott. So. Ich bin erstmal hier rein. Dann bin ich erstmal leichter. So. Äh. Während wir hier rumbasteln. Machen wir jetzt erstmal, äh. Hier zu Ende. Und dann können wir erstmal in Ruhe uns sortieren. Und dann sehen wir uns wieder in nächste Folge, Leute. Also bis dahin. Haut rein. оки. Äh. 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 Vielen Dank.